Hey, ich bin Danielle aus New Hampshire. Bitte liked und abonniert. Meine Schwester Ivy und ich sind Zwillinge. Mein Vater verließ uns noch vor unserer Geburt, sodass ich ihn nie kennengelernt habe. Und meine Mutter zog uns alleine auf und sie war einfach sowas Besonderes. Als wir Babys waren, zwangen sie uns jeden Tag einen Helm zu tragen. Außer wenn wir schliefen. Sogar im Bad trugen wir Helme, wenn sie uns nicht gerade die Haare wusch. Mami will, dass ihr die tragt und damit ihr euch den Kopf nicht stoßt und sterbt. Sie hat auch das ganze Haus mit Matten ausgelegt, als Ivy und ich krabbeln lernten. Unser Haus war wie ein riesiges Kopfkissen. Das Schlimmste war, dass Mom uns nie nach draußen ließ. Außer manchmal in den nahegelegenen Lebensmittelladen. Und einmal im Jahr an unserem Geburtstag gingen sie mit uns in den Park. Aber nur, wenn er nachts leer war. Und wir waren darauf angewiesen, online zu Hause unterrichtet zu werden. Die Welt ist voll von Entführungen, Krankheiten und schrecklichen Dingen, die euch Mädchen wehtun könnten. Weder ich noch Ivy wussten, warum Mom so verrückt war. Aber ich hab Mom immer Ärger gemacht. Ich schlug und trat gegen Wände. Oder ich hab Sachen geworfen und zerbrochen. Ich hasse dieses Haus, Mami. Ich will da draußen leben wie ein Panda. Pandas kriegen keine brandneuen iPads. Juhu, ich darf Candy Crush spielen. Ivy hat nie verstanden, dass Mom uns nur schicke Sachen gekauft hat, um uns abzulenken, damit wir nicht aus dem Haus ausbrechen. Das Einzige, was im Haus Spaß machte, war, wenn Mom Musik im Radio spielte. Meine Lieblingssender waren Rocksender. Aber einmal hab ich die Lautstärke so laut aufgedreht, dass es sich anfühlte, als würde das Haus wackeln. Au, meine Ohren! Ich nehme das Radio weg. Sei froh, dass du uns nicht alle taub gemacht hast. Ich hasste Mom und ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich hasste. Eines Tages, als ich acht Jahre alt war, wachte ich auf, weil Mama an meinem Bett stand und etwas an der Wand bohrte. Mom, was machst du denn da? Ich baue eine Alarmanlage ein, die erkennt, wenn jemand aus dem Fenster steigt. So kommen keine Kidnapper rein und du und Ivy können nie wieder raus. Sieh, mein Liebling, ich hab dir ein riesiges Barbie-Fun-Haus gekauft. In diesem Moment machte ich einen Sprung und schnappte mir das Barbie-Haus und warf es mit voller Wucht gegen das Fenster, so dass die Scheibe zersprang. Dann bin ich nach draußen gesprungen. Mama schrie. Sie sprang hinaus, um mich aufzufangen, aber ich rannte wie eine Verrückte. Als ich sicher war, dass ich weit weg war, blieb ich stehen, um Luft zu holen. Und dann fing ich an, einen Freudentanz zu machen. Ich war frei. Plötzlich hörte ich Lärm und ein Grämpel im Hintergrund. Ein Junge mit Trommeln und Gitarren marschierte die Straßen hinunter und ich war so aufgeregt. Ich dachte, ich würde nie wieder Musik hören. Als sie näher kam, rief mir einer der Kerle zu, warum versteckst du dich hinter dem Baum, kleines Mädchen? Ich weiß nicht. Ähm, weil du mich entführen oder töten könntest? Mama hat mir von Leuten wie dir erzählt. Hä? Wovon redet die denn? Das ist eine Musikparade. Komm und sing mit. Ehe ich mich versah, marschierte ich bei der Parade mit und sang Lieder. Es stellte sich heraus, dass ich auch eine gute Sängerin war. Doch plötzlich sah ich Mom und Ivy mit etwa zehn Polizisten zu mir rennen. Mom brachte mich sofort zum Arzt, um sicherzugehen, dass ich mir keine Krankheiten eingefangen hatte im Freien. In den nächsten vier Jahren war das das letzte Mal, dass ich alleine war. Von nun an lasse ich weder dich noch Ivy aus den Augen. Ich werde von jetzt an von zu Hause arbeiten. Ihr Mädchen werdet immer Schlafzimmer ziehen. Ivy und ich konnten nicht einmal auf die Toilette gehen, ohne dass Mom von der Tür stand. Aber eines Nachts, als ich 14 war, sah ich, dass Mom schlief und schlich mich nach oben auf den Dachboden. Ich brauchte einen Moment für mich. Aber als ich dort oben ankam, küsste Ivy gerade einen Jungen. Daniel, was machst du denn hier oben? Was tust du hier oben? Hast du ein Date? Also, ich musste mit der Leiter hochklettern, um all diesen verrückten Alarmsystemen deiner Mutter zu entkommen. Wow, Ivy, ich dachte, du wärst Moms kleines, braves Mädchen. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde dein Geheimnis bewahren. Aber genau dann kam Mom nach oben gerannt. Was um Himmels Willen ist hier oben los? Wer bist du in aller Welt? Raus aus meinem Haus, und zwar sofort. Mom, hör auf, du bringst mich in Verlegenheit. Weißt du, was mir peinlich ist? Dass eine meiner Töchter mit einem Kidnapper zusammen war, oder einem Räuber. Ich bin dazwischen gegangen und hab gesagt, es ist nichts von all dem. Er ist mein Freund. Mom schnappte sich in der Ecke einen Baseballschläger und schwang ihn in Richtung von Ivy State. Er rannte so schnell er konnte vom Dachboden runter. Dann brach Mom in Tränen aus und fing an, an den Haaren zu ziehen und zu schreien. Wie ein Kleinkind. Dieser Junge im Haus hätte euch beide entführen können. Ich habe alles getan, um die Gefahr von diesem Haus fernzuhalten, aber ich habe versagt. Ich muss euch Mädchen in ein strenges Internat schicken. Mit Überwachungskameras in jedem Zimmer. Gut, schick uns in ein Internat. Ich bin es leid, mit all euren verrückten Regeln zu leben. Aber ich will nicht ins Internat. Das ist so ungerecht. Aber zwei Wochen später schickte uns Mom ins Internat. Ivy weigerte sich dort, mit mir zu reden. Und ich konnte die Spannung zwischen uns nicht ertragen. Bitte sei nicht böse auf mich. Ich habe sogar versucht, dein Geheimnis zu bewahren. Ich kann nichts dafür, dass Mom eine Psychopathin ist. Lass mich einfach in Ruhe. Packte Ivy am Arm, aber sie zog sich zurück. In diesem Moment stolperte Ivy und fiel direkt auf den Boden. Sie fing an zu weinen und jede Menge Lehrer kamen angerannt. Es tut mir so leid. Es war ein Unfall. Ich glaube, ich habe mir ein Knochen gebrochen. Du klingst genau wie Mom. Nur weil du hingefallen bist, heißt das doch nicht, dass du dir ein Knochen gebrochen hast. Aber es stellte sich heraus, dass Ivy sich das Bein gebrochen hat und es einen Krankenwagen brauchte, der sie ins Krankenhaus brachte. Wahrscheinlich hätte ich mit Ivy ins Krankenhaus gehen sollen. Aber irgendwas im Flur ließ mich Ivys Unfall vergessen. Da waren so viele Fotos von berühmten Musikern. In der Mitte war ein Musiker, der genauso aussah wie meine Mutter, als sie ein Teenager war. Und der Name, der darunter stand, war auch der von Mom. Hey, wie schön, dass ich dich hier treffe. Ich drehte mich um und sah den Kerl von unserem Dachwoden. Bist du nicht der Freund meiner Schwester? Nein, deine Schwester und ich hatten nur dieses katastrophale Date. Warum starrst du auf dieses Bild? Ich glaube, das ist meine Mutter. Sie sieht genauso aus wie sie und sie hat den gleichen Namen. Jen Zelda. Ha! Nein, das ist Jen Zelda, ein Teenie-Rockstar. Aber sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, Musik zu machen. Die verrückte Frau, die versucht hat, mich mit einem Schläger zu schlagen, ist definitiv nicht sie. Das ist nicht lustig. Du hast keine Ahnung, wie es ist, mit einer verrückten Mutter zu leben, die dich hasst und dich gleichzeitig verwöhnt. Was denkst du, warum ich im Internat bin? Meine Eltern haben mich hergeschickt, weil sie mich nicht um sich haben wollen. Oh wow. Ich bin froh, dass andere Eltern Kinder auch hassen. Ich meine, nicht froh. Du weißt, was ich meine. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, es ist unmöglich, aber ich muss herausfinden, ob das Mädchen auf dem Foto meiner Mom ist. Logan und ich haben tagelang nach Jen Zelda gesucht, aber wir konnten kein Foto von ihr finden, das nicht alt war. Und egal, was wir taten, wir konnten nicht herausfinden, warum ihre Karriere aufgegeben wurde. Und Mom war nirgendwo im Internet zu finden. Sie war immer so in Sorge, dass Fieslinge und Entführer herausfinden könnten, wo sie wohnte. Ich verstehe das nicht. Frag doch deine Mutter einfach. Sie würde mir nichts sagen. Sie ist verrückt. Sie erlaubt mir nicht mal Musik zu hören, obwohl ich so gerne singe. Du singst gerne? Ich auch. Bevor ich antworten konnte, hörte ich ein Geräusch hinter mir, drehte mich um und sah Ivy mit Krücken. Daniel, wo bist du gewesen? Du hast mich nie im Krankenhaus besucht. Ivy, es tut mir so leid. Ich wollte dich besuchen, aber ich habe was Verrücktes über Mom rausgefunden. Warte. Was macht Logan hier? Ich wollte es dir sagen, dass ich hierher versetzt wurde und dass deine Schwester und ich uns mögen. Ähm, warte, was? Was meinst du mit mögen? Du hast mich nie besucht, weil du dich an meinen Freund herangemacht hast, oder Daniel? Was? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Runter von mir, Logan. Ivy konnte kaum laufen, aber sie humpelte weg, so schnell sie konnte. Ich ging ihr nach, um mich zu entschuldigen, aber die Tür war verschlossen und Logan ist mir die ganze Woche gefolgt. Komm schon, ich mag dich wirklich. Ivy wird drüber hinwegkommen, wollte, dass Logan mich in Ruhe lässt, auch wenn ich ihn süß und interessant fand. Aber als wir beide für die Schulband vorspielten und angenommen wurden, war es unmöglich, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich wünschte mir wirklich, Ivy würde mit mir reden, damit ich ihr erzählen konnte, was ich über Mom rausgefunden hatte, aber sie wollte einfach nicht. Und das war alles, woran ich denken konnte. Konnte es wirklich sein, dass Mom früher ein ganz anderer Mensch gewesen war? Und was ist mit ihr passiert? Zwei Wochen später war der Tag unserer Show gekommen. Und gerade als ich die Bühne betrat, um aufzutreten, erstarrte ich auf meinem Platz. Mom war im Publikum. Plötzlich konnte ich mich an keinen einzigen Text meines Liedes erinnern. Ich stand völlig leer da, während die Band weiterspielte. Mach weiter mit dem Song, du Freak! Buh, Loser! Plötzlich fingen alle an, mit Essen nach mir zu werfen. Ich wollte verschwinden, aber dann hatte ich eine Idee. Hey! Wer will einen ehemaligen Rockstar singen hören? Ich möchte Jen Zelda auf der Bühne begrüßen. Ich wollte sehen, wie Mom reagieren würde. Jen Zelda ist nicht hier, Idiotin! Ihre Karriere endete vor 30 Jahren. Alle buten weiter und warfen Dinge nach mir. In dem Moment kam meine Mutter auf die Bühne und nahm das Mikrofon. Ich wusste doch, dass diese Schule nicht streng genug ist. Hey, das ist Jen Zelda! Mom, ist es wahr? Du warst ein Rockstar? Vergiss es, sie lassen Schüler in einer Band spielen. Bands gehen nachts mit Bandmitgliedern und Verrückten aus. Mom, sing einfach mit mir. Ich und Jen Zelda, alle! Nein, ich weiß alles, was ihr Mädels gemacht habt. Ich habe Apps auf eure Handys geladen, mit denen ich eure Nachrichten lesen kann. Die Schule ist dumm und unsicher. Und ich bin heute Abend hergekommen, um euch beide nach Hause zu bringen. Mom hat mich am Arm gepackt und versucht, mich von der Bühne zu zehren. Die Kinder haben wie verrückt gelacht. Das wird ein Spaß. Ich habe ein Pferd für dich und Ivy gekauft. Ich werde es mitbringen. Was sollen wir denn mit einem Pferd machen? Warum kannst du dich nicht einmal normal verhalten und einfach mit mir singen? Wer hätte gedacht, dass Jen Zelda ein Psycho ist? Ich hatte mich noch nie so gedemütigt gefühlt. Bevor ich es merkte, schrie ich. Sicherheitsdienst! Mein Schrei ließ mein Mikrofon quer durch den Saal schrillen. Und zu meinem Entsetzen kamen Sicherheitsleute auf die Bühne gerannt, um Mom abzuholen. Sie weinte und strampelte mit den Beinen in der Luft. Ich musste sie nach Hause bringen. Ich habe ihnen sogar ihr eigenes Pferd mitgebracht. Ich fühlte mich schrecklich, als ich sah, wo die Sicherheitsleute Mom wegbrachten. Aber sie benahmen sich noch verrückter als sonst. Ich dachte, ich würde sie am nächsten Morgen anrufen, um zu sehen, wie es ihr geht. Aber da kam Ivy in mein Zimmer und sagte, der Direktor wollte uns sehen. Ivy und ich gingen in sein Büro und sahen ihn mit zwei anderen Männern da sitzen. Mädchen, ihr werdet eure Mutter eine Zeit lang nicht sehen. Sie ist in einem Krankenhaus. In einem Krankenhaus? Oh mein Gott, ist sie verletzt? Nicht diese Art von Krankenhaus. Nach dem, was wir auf der Bühne gesehen haben, haben wir eine Untersuchung durchgeführt. Deine Mutter hat ein Leiden. Eine Krankheit? Es nennt sich Schizophrenie. Ihr Gehirn arbeitet ein wenig anders. Sie macht sich Sorgen über Dinge, die sich andere Leute gar nicht vorstellen können. Aber sie war doch Sängerin, nicht wahr? Sie war eine unglaubliche Musikerin. Wegen ihrer Krankheit musste sie aufhören. Aber macht euch keine Sorgen, Mädels. Eure Mutter ist im Krankenhaus und bekommt Hilfe und ihr werdet sie bald wiedersehen können. Ivy und ich waren völlig still. Als wir aus dem Büro des Schulleiters kamen, zum ersten Mal in meinem Leben, machte Moms Seltsamkeit irgendwie Sinn. Ich fragte mich, ob Dad Mom deshalb verlassen hat, wegen ihres Zustands. Papa hätte sich um sie kümmern sollen und sie wieder zum Singen inspirieren sollen. Ein paar Wochen später besuchten Ivy und ich Mom in ihrem Behandlungszentrum. Sie war so glücklich, uns zu sehen. Es tut mir leid, was alles passiert ist. Und Daniel, ich bin so stolz auf dein Talent. Musik liegt uns im Blut, Schatz. Nach ein paar Monaten war Mom aus der Behandlung raus und wieder zu Hause. Es hat eine Weile gedauert, bis Mom ihre verrückten Regeln loslassen konnte. Sie wurde nie ganz normal, aber sie war viel glücklicher. Sie erzählte Ivy und mir alles über das Leben als Rockstar und es stellte sich heraus, dass sie und ich uns ähnlicher waren, als ich je gedacht hätte. Ich habe Logan tonnenweise alte Fotos von Mom gezeigt, die ich noch nie gesehen hatte. Jen Zelda ist wirklich deine Mom. Und obwohl sie ein bisschen anders ist, hat sie dir eine tolle Gesangsstimme verpasst. Du bringst es wirklich weit später, Daniel. Logan und ich waren die ganze Highschool über zusammen. Am Ende meines letzten Schuljahres bekamen wir einen Job bei der Produktionsfirma. In dem Jahr hatten wir die Gelegenheit, auf eine Welttournee zu gehen. Eines Tages kam ich zur Arbeit mit einem Geschenk, das ich gekauft hatte, um Logan zu überraschen. Du hast mir ein Babylätzchen gekauft? Ich sabbere doch nicht. Nein, ich will dir sagen, dass ich schwanger bin. Ich weiß, wir haben gerade erst die Highschool beendet, aber ich liebe dich und will eine Familie mit dir gründen. Was soll das heißen, du bist schwanger? Wir gehen auf eine Welttournee. Es steht im Vertrag, dass du nicht schwanger werden darfst. Ich dachte, du würdest dich freuen. Glücklich, dass du all unsere Träume wegwerfen willst? Glücklich, dass wir tausende von Dollar an die Firma zahlen müssen? Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir nicht auf die Tournee gehen sollten. Dann könnten wir unser Baby großziehen, ohne dass uns etwas zurückhält. Ich liebe dich und will nicht, dass uns etwas zurückhält. Aber ich bin nicht bereit, Vater zu werden, Daniel. Und ich werde dieses Kind nicht mit dir großziehen. Logan, verlässt du mich? Es tut mir leid, es tut mir leid. Mein Leben bestand in den nächsten neun Monaten aus zwei Dingen, Schwangerschaft und Schulden, weil ich der Firma Geld schuldete. Ich musste sogar vorübergehend wieder bei Mom einziehen. Mach dir keine Sorgen, Süße. Du kannst das Baby genau hier großziehen. Danke, Mom. Solange es keinen Helm tragen muss. Ivy und Mom waren direkt neben mir im Krankenhaus, als ich meinen perfekten jungen Miles zur Welt brachte. Ich bin hier, um die Mutter meines Sohnes zu treffen und um ihr zu sagen, dass ich den größten Fehler meines Lebens machte, als ich sie verließ. Ich weiß, du wirst mir nicht verzeihen, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich alle Schulden des Musikstudios bezahlt habe. Ich liebe dich, Daniel, und ich liebe auch unseren Sohn. Ich liebe dich, Daniel, und ich liebe dich. Ich liebe dich, Daniel, und ich liebe dich.